Freunde der Schneeballschlachten, willkommen zum letzten Guide vor Weihnachten, Lords of the Fallen. Und wir holen heute die neue Rüstung und die neuen Waffen und werfen mit Schneebellen. Also willkommen Leute zu diesem Guide. An dieser Stelle möchte ich mich erst nochmal bei euch bedanken für die vielen Däumchen und euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, Freunde. Lasst es euch gut gehen und nehmt auf jeden Fall für diesen Guide den Schwur von Adir in euer Gepäck und dann starten wir mit dem letzten Guide vor Weihnachten, Freunde. Schwur von Adir ist ausgerüstet und jetzt holen wir uns die schöne neue Rüstung und eben die passenden Waffen dazu. Um das Ganze zu starten, brauchen wir erstmal den Schneeball. Um den zu bekommen, sollten wir erstmal vom Schreien von Adir starten. Ganz wichtig, bevor wir nämlich den Schneeball holen können, müssen wir erstmal die Quest aktivieren und dazu laufen wir vom Schreien von Adir einmal komplett hier durch, nämlich zu dem Baum, wo der Lichtschnitter uns überrascht hat, falls ihr den nicht vorher gekillt habt. Ja und genau da laufen wir quasi hin und da müssen wir eben die Geste von Adir ausüben, um die Quest überhaupt erst zu starten und anschließend holen wir uns natürlich den Schneeball, den brauchen wir unbedingt für die Quest und um eine schöne Schneeballschlacht zu machen. Selbstverständlich schnappen wir uns den gleich, also lauft erstmal komplett hier durch bis zurück zum Bossraum, wo wir gegen den Lichtschnitter gekämpft haben. Die Gegner hier könnt ihr theoretisch ignorieren, könnt sie aber auch natürlich einfach platt machen. Holt dazu eure Armbrust raus und ballert hier mal ordentlich rein und dann ist das Ding eigentlich auch ziemlich schnell erledigt mit diesen Leuten und damit haben wir das auch. Genau hier in dieser Arena, da gibt es eben hier diesen Baum und mit dem könnt ihr interagieren. Passiert erstmal wieder nichts, natürlich. Ihr braucht dafür den Schwur an Adir. Den benutzen wir jetzt hier einmal und bekommen dann die Aufgabe, eben solche komischen Lichter auszumachen und dazu gehen wir jetzt erstmal hier ins Schneegebiet in Lehnen des eisigen Fluchs und holen uns den Schneeball, Freunde. Wenn wir hier angekommen sind, gehen wir einfach hier die Leiter rechts nach oben und dann einmal komplett hier wieder hoch und schnappen uns den Schneeball. Also einmal komplett hier lang, hier geht es ja immer nur gerade aus, also einfach Vollgas geben, durchziehen, kurz die Sprintschuhe mal angezogen und einfach mal hier durchgelaufen. Ja, auf jeden Fall müsst ihr hier bis ganz hinten zu dem Tor, denn da können wir dann links wieder die Leiter hoch, um unseren Schneeball zu schnappen. Hier kommen natürlich jetzt noch ein paar Gegnerchen. Wie gesagt, Armbrust raus sollte eigentlich gar kein Thema sein. Denn diese Armbrust ist ja wirklich übertrieben krass overpowered, finde ich. Naja, auf jeden Fall machen wir hier noch ein paar Gegner platt. Den Dude hauen wir auch noch eben schnell weg. Und dann gehen wir hier oben links die Leiter hoch und zack, klettern hier mal in rasanter Geschwindigkeit nach oben. Und dann jumpen wir hier todesmutig hier runter oder nehmen auch doch lieber die Leiter. Und hier hinten liegt dann eben der Schneeball. Winterliche Waffe ist das Ganze. Und da oben ist auch schon unser erstes Ziel, welches wir mit dem Schneeball abwerfen. Und genau diese Dinger müssen wir eben alle ausschalten, um den geheimen Boss freizuschalten, Freunde. Und um halt eben das neue Armourset zu bekommen. So, dann nehmt ihr euch wieder einen Teleport und geht in die nächste Ebene, nämlich nach Oberkallrath. So Leute, und da ist es wieder so, wenn die Tür zu ist, müsst ihr außen rumlaufen über die Himmelsrast. Ich wurde das schon so oft gefragt. Die Tür ist zu, ich komme da nicht durch. Da müsst ihr natürlich außen rumlaufen. Wenn also bei euch die Tür hier zu ist, komplett außen rumlaufen über die Himmelsrast. Wenn die Tür offen ist, dann gehen wir hier durch. Wie ihr den Weg zur Himmelsrast freischaltet, zeige ich euch jetzt gleich extra nochmal, damit es auch wirklich jetzt im Endeffekt jeder weiß. Ja, und da rennen wir einfach hier durch. Gehen hier rechts in der Arena lang durch die Tür, wenn ihr die schon freigeschaltet habt. Im Endeffekt einfach komplett hier langlaufen. Durchrennen hier durch den Weinkeller durch. Achtung, hier wieder ein paar Gegner platt machen. Passt da ein bisschen auf. Hier kommen ja einige um die Ecke gejumpt. Also ein bisschen aufpassen und hier die Dudes wegknallen. Ja, auf jeden Fall nehmen wir das Ding hier noch mit. Gleit der Adeligen. Das brauchen wir ja für die Quest von dem gequälten Häftling quasi. So Fesi, ja. Falls ihr die noch nicht gemacht habt, schaut da unbedingt mal im Kanal vorbei. Ist eine ziemlich interessante Quest, auch von der Lore her. Ja, im Endeffekt gehen wir dann hier weiter. Passt unbedingt auf diesen Magier auf. Richtig ekelhafter Typ. Und der hat mich erstmal aus dem Leben genommen. Aber kein Problem. Ich habe ja die Lampe. Deswegen komme ich direkt wieder zurück und baller mir hier den Weg frei. Und dann geht es weiter, Freunde. Wir müssen nämlich eigentlich nur zu dem Baum, der hier vorne auf dem Marktplatz ist. Und ja, ich muss hier natürlich noch kurz meine Kraft einsammeln. Und dann gehen wir hier quasi links hin. Können wir uns auch wieder menschlich machen. Und falls euch das ähnlich passiert ist wie mir. Hier links entlang. Ballern da einmal schnell rein. Dann sind die Dudes weg. Und hier, Achtung, kommt noch ein etwas dickerer Gegner. Sollte aber auch kein Problem sein. Einfach hier mal reinballern. Und noch einen Schwinger geben. Dann liegt er auf dem Boden. Und da oben ist wieder das nächste Teil. Holen uns also den Schneeball wieder raus. Und hier geht es übrigens, Freunde, zur Himmelsrast. Wenn ihr zur Himmelsrast wollt, dann müsst ihr hier die Leiter hochklettern. Und wie gesagt, wenn bei euch die Tür zu ist, dann lauft ihr diesen Weg hier andersrum herlang. Also, wehe, ich bekomme noch mal eine Frage. Bei mir ist die Tür in Kyle Raff zu. Das ist wirklich die häufigste Frage dieses Jahr. Bei mir ist die Tür in Kyle Raff zu. Ja, oder gut. Ist nicht so schlimm. Hier könnt ihr dann durchgehen. Okay, weiter geht's. Nächste. Und zwar gehen wir wieder zurück zum Schrein von Adir. Da gehen wir nämlich jetzt wieder hin. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen was machen, Freunde. Gehen also einmal wieder hier hin. Denn da gibt es dann auch noch so eine leuchtende Kugel an einem Baum. Es sind immer die großen Bäume, an denen das hier hängt. Und von hier aus, vom Schrein von Adir, laufen wir eben einmal wieder komplett zurück. Und dann hier geradeaus ziehen wir wieder durch. Passt auf, dass euch der Dude keine Pfeile in den Rücken schießt. Im Endeffekt gehen wir hier lang. Gehen hier wieder links die Leiter runter. Und dann gehen wir jetzt quasi einmal zurück in die Schlucht. Also hier links entlang. Durch die Höhle ist meiner Meinung nach der schnellste Weg. Ihr könnt natürlich auch andersrum über den Sumpf kommen. Das funktioniert auch. Im Endeffekt einfach hier hoch, rechts entlang. Und dann hier den Dude umhauen. Von hier aus könnt ihr dann darüber springen. Hier unten gibt es zwar auch noch ein Teil, das ihr freischalten könnt. Aber der Sprung klappt auch so ganz gut. Den Kerl brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt platt machen. Einfach hier durchs Gitter durch. Und dann kommt ihr hier zum nächsten Baum. Da ist er auch schon. Und da ballern wir einmal unseren Schneeball drauf. Und schon hat sich das Ding erledigt. Und dann brauchen wir noch einen letzten Baum, den wir finden müssen. Und Freunde, wie es so schön ist, ist der natürlich im letzten Gebiet. Also hier erstmal den Schneeball drauf. Zack, ist das erledigt. Und jetzt in die Burg Bramis reisen. Ja Freunde, es ist eklig. Die Burg ist kacke. Keiner mag die Burg. Aber da gibt es halt auch das letzte Teil. Und da startet ihr hier vom Checkpoint aus und geht dann direkt einmal hier entlang. Ich habe natürlich alle Gegner schon mal geräumt. Ich gehe den Weg außenrum bewusst, um euch einfach den ganz normalen, regulären Weg ohne Abkürzung zu zeigen. Sonst können wir nämlich auch dort die Leiter eben hochgehen. Aber wir gehen hier einfach lang und gehen hier links. Und hier einmal die Treppen hoch. Hier noch links entlang. Und dann hier runterspringen. Und hier dann einmal durchziehen. Und hier links um die Ecke, da ist nämlich so ein Feuer. Und das können wir einmal ausmachen, indem wir in die Umprahlwelt wechseln. Dann ist nämlich hier das Feuer aus. Ihr könnt dann hier einmal komplett durchlaufen. Und dann eben hier rechts entlang. Pass auf, hier sind wirklich viele starke Gegner auf dem Weg. Also zieht da einmal durch und geht hier dann rechts rum. Dann hier lang. Und hier ist der letzte Baum, an dem das Ding hängt. Richtig eklig, das Teil. Und das schnappen wir uns hier einmal. Also Schneeball raus und Feuer frei. Wenn man Munition hat, geht das auch sofort. Ansonsten nachladen, zack und drauf den Ball und fertig sind wir. So Freunde, jetzt Quest abschließen. Und jetzt wird es nochmal richtig tricky gleich. Wir gehen jetzt erstmal zurück in die Mine. Da gibt es nämlich noch einen versteckten Baum. Also einmal hier komplett durchlaufen. Hier einmal lang. Und ihr braucht den Schlüssel vom sonnenlosen Strang, Freunde. Wenn ihr den noch nicht habt, schaut unbedingt mal am Kanal vorbei. Da findet ihr das Video dazu, wo es den Schlüssel zum sonnenlosen Strang gibt. Hier laufen wir einfach komplett den Weg ins Dorf lang. Und hier einmal rechts um die Ecke, da ist hier so eine kleine Leiter. Und ganz oben in dem Turm, da können wir eben das letzte Kügelchen finden, was wir mit unserem Schneeball abwerfen müssen. So und dann haben wir die Quest eigentlich fast fertig. Denkste, denn es kommt noch ein fetter neuer Boss und der ist ziemlich happig, Freunde. Schmeißt das Ding also hier drauf und dann geht es weiter. Wir reisen jetzt nämlich wieder zum Schrein von Adieu. Und da geht es eben weiter, beziehungsweise in die letzte Phase, Freunde. Und hier treffen wir jetzt gleich auch auf den geheimen Boss. Und Leute, wenn ihr im New Game Plus seid und, boah, also ich muss euch sagen, der ist schon richtig heftig. Der ist super happig und nehmt auch gar kein Damage. Also, boah, der Dude ist schon echt, puh, richtig krass. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt hin und es gilt ihn natürlich zu besiegen, aber, ja, der hält es echt aus. Also, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Auch wenn ihr schon im New Game Plus Endgame oder so seid, der ist schon ziemlich knackig, muss ich sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ihn schon geschafft habt. Auf jeden Fall gehen wir hier wieder zurück zu dem Baum, wo das ganze Questgeschehen hier begonnen hat. Und da gehen wir einmal komplett zurück und schnappen uns den Boss. Und wenn ihr den Boss besiegt habt, dann könnt ihr eben noch die Bosswaffen bekommen, indem ihr quasi danach nochmal die Lachengeste beim Baum ausführt. Da bekommt ihr dann noch was. Also, das unbedingt noch machen, Freunde. Die Lachengeste beim Baum ausführen, wenn ihr den Boss besiegt habt. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Boss. Und zwar müssen wir da natürlich erstmal zu dem Baum hingehen. Und bei dem Baum selbst ist es dann so, dass wir jetzt erstmal noch eine andere Geste brauchen. Nicht den Schwur an Adir. Wir gehen hier einmal rein, nämlich. Und wenn wir hier jetzt vor dem Baum sind und alle Leuchten ausgemacht haben, dann können wir hier vor dem Baum eher interagieren wieder. Hier findet der Bosskampf statt. Aber seid bereit, Freunde. Der ist echt knackig, sage ich euch jetzt schon. So, und wenn wir jetzt hier die Schwur von Adir ausführen, dann passiert nämlich hier eigentlich gar nichts. Und jetzt muss man erstmal dran denken, oh, okay, wir haben ja diesen Auftrag quasi ausgeführt. Der Schwur von Adir war ja nur dafür da, um diesen Baum quasi zu reizen. Also brauchen wir einen anderen, eine andere Geste. Und dazu gehen wir jetzt einmal ins Gepäck und schauen uns an, was das ist. Wir brauchen nämlich hier die Geste nicht Schwur von Adir, sondern wir gehen hier einmal rein und schauen uns mal um. Was kann hier gut passen? Und zwar ist das nicht das Gebet Oreos, der wo er die Hände so spreizt, sondern hier in Brust des Blutrituals. Da haben wir es doch. Das müssen wir nämlich einmal machen, in Brust des Blutrituals. Und dann können wir eben hier den Boss starten. Also das Teil hier einmal auswählen und entsprechend machen, um den Boss einmal zu triggern. Und dann geht es auch schon gleich ab. Die Boss Area taucht auf, Zorn eines Wissenden habt ihr quasi aktiviert. Und ja, jetzt geht es richtig heftig ab, Freunde. Wie gesagt, ihr müsst den Boss töten und danach die Geste Lachen an dem Baum nochmal ausführen, um wirklich alles zu bekommen. Und ich sage euch, der Dude hier, schaut ihn euch mal an. Der ist schon ziemlich heftig. Zwei üble Hämmer hat er am Start. Und ja, die Rüstung und die Hämmer bekommen wir dann eben, wenn wir am Baum noch die Geste Lachen ausführen. Und damit haben wir die Quest beendet, Freunde. Euch viel Erfolg beim Kampf. Ich bin gerade auch noch dran, weil der Dude ist echt, puh, der ist echt übertrieben. Wenn man sich jetzt nicht irgendwie so hochgebufft hat mit irgendwelchen Zaubern, ist der schon ziemlich krass. Beziehungsweise mit unendlich Totenschädeln sich geglitscht hat. Dann ist der schon echt heftig, Freunde. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ein schöner Weihnachtskampf, Leute. Euch ein schönes Weihnachtsfest. Euch und euer Familie. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Würde mich riesig freuen. Und ich sage bis denn, Leute. Merry Christmas. Merry Christmas.